Hi, ich bin Svenja, Marketing-Spezialistin bei Conterra und für mich ist Conterra ein great place to work, weil wir hier eine ganz besondere Firmendynamik haben. Ab Tag 1 wurde ich dazu motiviert, meine eigenen Ideen einzubringen und das auch über meinen Arbeitsbereich hinaus. Und so bekommt man irgendwie eine ganz andere Verbindung zum Unternehmen und irgendwie steckt von jedem von uns ein Stück in Conterra. Hi, ich bin Mario, ich bin seit fünf Jahren in Conterra tätig als Softwareentwickler. Ich muss sagen, die Arbeit hier macht super viel Spaß. Wir haben verschiedene Projekte, in denen man mitmacht, die sich sowohl fachlich als auch technisch unterscheiden, sodass man einen guten Einblick bekommt in die verschiedenen Themen und Seiten der Conterra. Auf der anderen Seite ist das Betriebsklima aber auch super. Die Arbeitskollegen sind nett und freundlich, sodass man wirklich gern jeden Tag hier ins Büro kommt und gearbeitet. Hallo, ich bin Julia, Teamleiterin von unserem People & Culture Team. Um im Recruiting erfolgreich zu sein, versuchen wir immer mal, out of the box zu denken und kreative Ideen zu erschaffen, wie zum Beispiel unseren Dreamjob-Konfigurator. Mit dieser Web-App kann man sich seinen individuellen Traumjob selbst zusammenbauen. Man kann beispielsweise als Benefits ranken, Angaben machen, mit welchen Technologien man arbeiten möchte oder auch seine eigene Work-Life-Balance kreieren. So, hier sieht man einen Auszug aus unserem Dreamjob-Konfigurator. Hier kann man sich beispielsweise seine Arbeitswoche selbst konfigurieren und alles unter dem Motto nutzerfreundlich und soll einfach Spaß in der Anwendung machen.